Das war schon gut, aber ja, leider hat es mich dann doch kalt gelassen, aber dann kam Star Wars und ich habe geweint. Wie ist das? Ich habe echt geweint. Joey, wir sind zu Hause. Oh, Papa! Hallo meine Freunde, ich bin es wieder, euer SoPro von ps4info.de Ja, wir reden über ein Thema, was wichtiger ist als der heilige Gral und das Ende der Welt. Wir reden über Star Wars und nicht über irgendwie Star Wars, nein, über Star Wars Battlefront. Ja, richtig. Dies mache ich aber nicht alleine, was ich eigentlich könnte, weil ich mit mir selber immer über Star Wars rede. Nein, ich habe mir da eine schöne Unterstützung geholt und zwar den Lars von YourPeaceVeter.com. Grüß dich, Lars. Hallo, Lötchen. Den Charlie. Hi, Charlie. Na, grüß dich. Bei dir würde ich immer nervös, ehrlich. Du hast so eine sexy Stimme, Alex, deswegen. Soll ich nochmal was sagen? Bitte. Hallo, SoPro. Hi, oh. Hallo, Alex. Hallöchen. Und natürlich den Pascal, was heißt natürlich den AKA Belgaron. Ich grüße dich, Pascal. Moin. Auch ein ewiger Zuschauer seinerseits. Und den, ja, den Vince mit einem sehr lustigen Namen wieder. Vince, ich grüße dich. Grüße dich aus dem Studio Franken, hier in schön Bayern. Okay. Und AKA, der letzte, der Mann mit einem Schwarzbier, was ich nicht so feiere, weil ich bleibe doch lieber beim hellen. Heiko, grüß dich. Grüß dich. So, äh, ihr habt alle den Star Wars Battlefront Trailer gesehen und, äh, erste Frage ist natürlich, wie findet ihr den? Ich fange einfach mal an mit Lars. Was war das denn? Hast du das Mikrofon gefurzt, oder was? Nee, es war so, äh, so Ton vor zwei. Ey, auch hinaus. Oh, Mann. Das ist ein langer Abend. Das ist eine Antwort auf die Frage, kann ich es nicht geben. Äh, okay, äh, Butterbeidefisch, ähm, Back to Star Wars. Ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass ich das Video so super schneiden muss. Ähm, nochmal, Lars, hast du den Trailer schon gesehen und wie findest du den Trailer? Ja, den Trailer habe ich natürlich schon gesehen. Ja. Lass aber sagen, ich verstehe den Hype gerade nicht. Okay, du bist raus. Äh, weil da wird ja letztendlich nichts gezeigt, außer irgendwelche Filmsequenzen. Wie, da wird nichts gezeigt. Sag mal, hast du sie noch alle, oder was? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch auf der Vita ist, aber da wird nichts gezeigt. Da war's. Ey, Klipp, der sagt, dir wird nichts gezeigt. Entschuldigung, wir sind zu Hause. Äh, gut, wir gehen da später nochmal drauf ein, bestimmt nicht, aber mal gucken. Äh, Alex, äh, soll ich Alex oder Charlie sagen? Das Lustige ist ja, ich reagiere auf beides. Du darfst mich also ansprechen, wie der gerade, ja. Okay, also Charlie, Alex, was sagst du denn dazu? Hast du da eine vernünftige Meinung oder auch, ne, keine Ahnung. Ich bin, äh, natürlich vorbereitet und hab den Trailer in Entschlussschleife laufen. Ich auch. Und, ähm, ne, ich bin, ich bin ganz angetan davon. Natürlich ist kein Gameplay, was wir da sehen, aber macht schon Laune, finde ich. Okay, äh, Heike, was sagst du? Ich finde ihn gut und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was die aus der Frostbite Engine doch noch rausgeholt haben. Okay, das, äh, lass ich so stehen. Vince? Äh, Ja, äh, ein wunderbarer Trailer. Danke. So, wir wollen uns einfach mal den Trailer jetzt ein bisschen angucken. Wir sind jetzt bei Sekunde 0, 0, 0, 1. Nach meiner Meinung bitte, ich hab nie mehr gefragt, ne? Nee, deine Meinung nicht. Du, weil ich auch vergesse, dass du da bist. Nein, Pascal, möchtest du, möchtest du, möchtest du deine Meinung noch dazu sagen? Pascal, möchtest du uns deine Meinung sagen? Lass uns teilhaben deiner Meinung, bitte. Pascal. Ich finde den Trailer auch geil. Schade, dass es kein Gameplay da ist. Oh, und zeige mit eurem Gameplay, ehrlich. Ja, man hätte es schon gerne gesehen, oder nicht? Hättest du auch gerne gesehen, oder? Ich seh's doch gerade. Das Gameplay. Das ist ja kein Gameplay. Das ist mir doch egal, ich seh's doch gerade. Achso, du kannst es schon spielen. Ja, ja, seit ein paar Jahren schon. Ich sitze, ich sitze immer in meinem Büro so, hab meine Hände so fron und dann drück ich irgendwie in die Luft und dann sag ich so, ja, gleich Headshot, Headshot. Du wurdest von deiner Mutter gelasert, Schwert. Nein, ähm, ich kann's natürlich noch nicht sehen, außer die alten Sachen, die es halt damals gab, diese Alpha-Geschichten und sowas, die mal geleakt wurden vor ein paar Jahren. Das wird ja, denke ich mal, drinnen sein, nur ein schöner. Aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an. Wir fangen, was mich sehr irritiert hat, oder was, naja gut, ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von und ich hoffe, jeder von euch weiß auch, was ich jetzt meine. Endor ist ja der Planet, wo die kleinen Evox leben, also als Kirchen der Neuzeit. Und, äh, Waldmond Endor. Wer wohnt denn da? Richtig, der Waldmond Endor. Sehr danke, auch die Klugscheißer sind hier vertreten, Lieben Dank. Immer wieder gern. Gern geschehen. Äh, und wir sehen da oben einen Sternzerstörer und, äh, ja, wie findet ihr die Grafik von dem Wald? Lars, was sagst du denn dazu? Du hast es doch gesehen, du siehst es ja auch, denke ich mal, aus einem total neutralen Auge. Du bist kein Star-Wars-Fan, sondern Star-Trek-Fan und du magst eher die Vita und auf der Vita wird Star-Wars-Badfront leider nicht erscheinen. Das tut mir wirklich sehr leid, Lars. Was? Ja, aber auf der PSP ist es erschienen und da war es ein richtig geiles Spiel, muss man sagen. Nein, aber, äh, wie hieß denn das nochmal auf der PSP? Squadron, ne? Oder so? Ne, auch Battlefront irgendwas, weiß grad nicht. Okay. Hast du gespielt, ja? Ja. Super. Aber, zu der Szene, mh, ist schon, schon nice, ist schon, schon ein guter Anfang, muss ich sagen. Mit dem, mit dem, mit der Sternenflotte, die da über den Himmel fliegt und dann, ähm, die Sonne bedeckt und dadurch dann die schönen Lichteffekte zur Geltung kommen. Klar, die Bäume sehen realistisch aus, die Schatteneffekte sind geil, ähm, guter Anfang, definitiv. Also, äh, die Frage ist, ah gut, sie sagen ja, das ist ja Original-PS4-Grafik, ne? Sie haben ja gesagt, dass so sieht es auf der PS4 dann aus. Ich bin auch, dass das schon ziemlich krass aussieht. Äh, Vince, was sagst du dazu? Ich bin sehr überrascht, vor allem, weil sie da diese, äh, ich hab's mir aufgeschrieben, Fotogrammetrie, ähm, bei The Vanishing auf Eve Karte genommen haben, also fotorealistisch, dass sie alles, äh, sozusagen im Scanner eingescannt haben und dann in die Spiele übertragen haben. Puh, was für ein Aufwand. Ich denke mir immer, das sieht so geil aus, das sind so geile Explosionen, wenn ich dann die Männchen sehe, dann sag ich mir doch, ach, ist doch ein Videospiel. Leider. Ja, okay. Aber alles andere sieht echt sehr, sehr geil aus. Alles klar. Ähm, ja, ich glaub, die Entwickler, die waren wirklich, äh, vor Ort an den, an den Drehplätzen der Filme und haben da halt wirklich Material gecapt, gecaptured und, ähm, ich weiß nicht, den Wald vermessen, Bäume nachgebaut und hast du nicht gesehen, Abdrücke gemacht von Hölzern. Wie baut man denn einem Baum nach? Nee, die haben, die haben wirklich, glaub ich, Abdrücke von der, von der Rinde genommen und so ein Quatsch. Ja, um es wirklich, möglichst originalgetreu nachzubilden, dann im Spiel. Sie haben richtig Aufwand dafür betrieben. Wegen der Rinde, okay. Ja, aber macht, macht Sinn. Also, da gibt's ja auch dieses Video, wo sie halt dann rumfahren und das machen, hast du recht, dieses Dokumentationsvideo. Ich find's ja auch interessant, im Trailer, wenn die Kamera von dem Himmel runter geht, so, also das EWOC drauf gezeigt wird, wie das halt auch flüssig läuft, beziehungsweise wie grafisch dann die Lichteffekte, was Lars auch grad meinte, rüberkommen, das ist natürlich schon ein echt heftiges Niveau, muss man sagen. Also, das sieht schon ziemlich genial aus. Weiter geht's ja dann, also, die Kamera geht runter und schon sehen wir als allererstes Speederbikes. Das, was ich gerne hätte, leider muss ich auch noch auf meinen, wie hieß denn das von Zurück in die Zukunft? Ähm, Hoverboard. Hoverboard, muss ich auch noch warten. Ja, 2015, unser Jahr, eigentlich soll das jetzt kommen, ne? Ja, ich war immer noch, ne? Ja, ich auch. Jeden Tag guck ich nach, F5 jeden Tag. Alex, Speederbikes, was sagst du, als erste Szene? Ein Rebellensoldat jagt einen Scout Trooper. Verflucht geht das schnell. Ich versuch grad das Video an der entsprechenden Stelle anzuhalten. 0,12. Ähm, verdammt, 0,13. Egal, ja, verflucht schnell, sieht cool aus. Ich bin gespannt, ob wir die Dinger wirklich dann auch mal fliegen dürfen. Stell ich mir sehr lustig vor, da im Wald. Okay, findest du also das Waldsetting ganz okay, oder findest du, man hätte vielleicht ein anderes Setting nehmen sollen? Oh, ich find das Waldsetting super. Machen sich damit natürlich, ähm, extrem schwer durch die vielen, durch die viele Vegetationen, diese dichte Vegetationen mit den Farmen und den ganzen Blättern und Bäumen. Aber, ähm, sieht schon echt top aus. Aber das ist ja auch das, äh, was wir Battlefield-Spieler auch vermisst haben, Dass es mal irgendwie so einen Wald gibt, der wirklich dickig ist, hat und dass man da wirklich auch mal in Deckung gehen kann, weil sowas gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Also, und, Heike, was sagst du? Du bist doch auch ein Battlefield-Spieler und, ähm, aktiver Battlefield-Spieler. Es gibt doch bei Battlefield keine Karte, die irgendwie einen richtigen, dicken Wald zeigt, oder? Nein, das gibt es leider nicht. Das ist was, was eigentlich auch bei Battlefield 4 ziemlich gut angekommen wäre. Und wie gesagt, im Trailer sieht es halt einfach richtig genial aus. Glaubst du denn, dass sowas funktionieren würde? Also, also würde das jetzt funktionieren? Würden die Spieler das jetzt gut finden, so ein, so ein Setting zu haben? Heiko? Denke schon, ja. Das wird nicht angekommen. Okay. Pascal, was sagst du als alter Star-Wars-Fan? Ja, also, äh, die haben die Kulisse echt super eingefangen. Man fühlt sich direkt zurückgesetzt, äh, in den letzten Star-Wars-Filmen und, ähm, das ist einfach beragend. Von der Lichtkulisse her sowieso, mit dem Schatten, das ist wirklich selten. Ja, Sniper ist ja selten, ne, die gibt's nicht selten, aber es gibt keine vernünftigen Versteckmöglichkeiten wie, äh, Büsche oder sonstiges. Hat man heutzutage einfach nicht. Ähm, klar, viele werden darüber lästern, dass hier wieder einer im Busch sitzt und, äh, dann sich auch nicht mehr bewegen wird. Aber, äh, Drecks-Kämper, ja. Das fehlt. Ja, liegt der Kämper tot im Keller, war der Ruscher wieder schnell dabei. Genau, aber ich hoffe, dass das Dorf, äh, von den, äh, kleinen, äh, Viechern dann mitbenutzt werden kann. Genau. Ja. Äh, Lars, wie siehst du das denn? Äh, glaubst du denn, ähm, dass so eine Vegetation und sowas dann auch die Sniper und sowas nutzen werden? Beziehungsweise glaubst du, dass das so sein wird? Oder glaubst du, es wird doch eher so eine offene Welt sein, wo halt wirklich wenig versteckte Möglichkeiten sind? Was ist so deine Meinung dazu? Oh, ist schwierig. Kommt natürlich immer ganz drauf an, wie groß die, äh, Sträucher und Bäume sind. Natürlich, du hast Bäume, da kannst du dich verstecken. Ähm, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass du wirklich, ähm, in, wirklich so gebischmäßig da reingehst. Weil, aber das ist jetzt auch bloße Vermutung. Hm. Wie findest du den Sound? Extrem geil. Also ich bin ein absoluter Fan vom, vom Soundtrack. Mhm. Ähm, und die, die Effekte sind schon extrem geil. Ich denke mal, es wird auch dann die Möglichkeit geben, dann das über die Vita zu spielen, ne, über halt. Remote Play. Remote Play, genau. Crossplay, Remote Play. Ah Gott. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Kommen wir mal zum Vince. Vince, wie sagst du das denn, wie siehst du das denn mit dem Sound? Hat er dich überzeugt? Du bist doch ein Kritiker. Ich bin total überzeugt, interessanterweise. Wo ich so überzeugt bin, ist von den Karten her, weil es wurde angekündigt, es gibt nur vier Planeten. Endor, Hoth, Tatooine und diese Lava Welt, Jawohl, Blabababblibblbem. Mhm. Habu. Ähm, und ich bin dir eigentlich sicher, wie groß die Karten jetzt tatsächlich sind. Es gibt ja auch im Battlefield diese, der Waldkarten, wo da halt irgendwann die Death Zone anfängt. Ob es da wirklich so ein riesiger Wald ist, ob es nur ein langgezogener Korridor ist, vom Bunker bis zum, keine Ahnung, Imperium-Spitzpunkt oder so. Ja. Bin auch sehr, sehr kritisch. Ob es dann so wirklich diese kombinierten, ähm, diese kombinierten Luft, äh, Bohnenschlachten gibt, also der sich mit einem Vi-Wing drüberfliegen kann, mal Bombe abwerfe, raus springe, den AT, eine Granate hinklatsche und der da explodiert. Nur so gescriptetes Zeug ist, diese Raumschlachten. Gut, da gab es ja vor zwei Jahren ein Video, ein Alpha-Video, die waren ja relativ weit schon mit Battlefront 3 damals und, ähm, das Spiel war ja schon zu 80% fertig und da gab es halt wirklich schon Videos zu sehen, wie halt einer in einen X-Wing reingestiegen ist, ist hochgeflogen, war rumgeballert, auf dem Schiff gelandet, Schiff kaputt gemacht, wieder runtergeflogen, unten halt irgendwas anderes gemacht so. Also es gab halt diesen fließenden Übergang. Ich hoffe natürlich auch, dass das hier stattfindet. Auf jeden Fall wissen wir, dass es Luftkampf geben wird. Das haben wir definitiv jetzt gesehen. Aber leider keine Weltraumschlachten. Weltraumschlachten? Aber ich glaube, das heben sie sich auf. Ich meine, kombinierte, meine ich, dass man, ich hab dich schon verstanden. Ja, es soll halt irgendwie auf den, hauptsächlich auf den Planeten Oberflächen irgendwie stattfinden und nicht dann im tiefen Weltall, ne? Das war glaube ich die Idee dahinter. Wenn 64 gegen 64 kämpfen, dürfte das auch eigentlich gar kein Problem sein, so, ne? Also dann ist auch genug los, denke ich mal. Soweit ich weiß, sind es 40 gegen 40 Spielerkarten? Ich meine, es wären 40, ja. Oha, das ist so eine gute Zahl, ey. Ja, ich finde 64 gegen 64, aber besser als 40 gegen 40. Ja, da haben wir auch bei den anderen keine großen AT-Artist-Tüche gegenlaufen, oder? Ja, ich glaube, es ist immer noch besser als 16 damals bei Battlefront 2, ne? Oder waren es 12? Ich weiß es nicht mehr genau. Riesengroße Karte. Es war eine Riesenkarte und ich glaube, nee, es waren 12, Tatsache. 24 Leute auf einer Karte, die größer war als Kasperlian Border. Läuft, definitiv. Aber hat Spaß gemacht trotzdem, weil die AT-Artist sind ja nicht gerade klein, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. So, wir sehen dann hier im Trailer auch eine lustige Sache, und zwar wie die Rebellensoldaten am Kämpfen sind und dann kommt der Chicken Walker, A-T-S-T. Okay, den machen sie kaputt und zwar mit einem Rocket Launcher. Also das heißt, da wird auch eine andere Klasse gezeigt. Und... Da muss ich kurz einhaken. Bitte. Bitte, Vince. Weil ich habe da Informationen dazu. Es wird keine klassischen Klassen mehr geben. Okay. Es wird es so wie ein COD geben. Du hast deine 10 Ausrüstungsgegenstände, also dieses Pick-10-System, wie man das so schön schimpft. Und du kannst eben auswählen, ja, ich möchte ein Schuldschild haben, dann möchte ich noch ein Jetpack haben und so. Also es wird keine klassischen Karten, äh, Klasse mehr geben. Was hast du eben gerade noch gesagt, Alex, zum Schutzschild? Kannst du ruhig nochmal wiederholen. Ja, da wird jetzt von uns keiner mehr drüber lachen können. Aber als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, noch nicht, äh, keine bewegte Szene, sondern als Screenshot, habe ich gedacht, hey, die kämpfen da, machen die da ein Süppchen oder so? Nö. Aber es war tatsächlich nur diesen, diesen Schutzschild, den die da aufgebaut haben. Der wird wahrscheinlich auch nicht viel aushalten, denke ich mal so, ne? Aber ich bezweifle es, dass es jetzt so eine epische Speederbike-Schlacht geben oder Verfolgungsjagd geben wird. Obwohl, Vince, du hattest da ja eine interessante Sache mit dem AT-AT, das kannst du ja kurz mal erwähnen. Ja, der Modus, den wir nämlich da so ein bisschen gescripted sehen, äh, ist im großen und ganzen Walk Assault. Also Imperium rückt den Rebellen im Bunker mit ATS-Tes und AT-ATs auf den Leib. Und die Rebellen müssen eben durch die Übernahme von mehreren Funkstationen, also wie in Rushmore, diesen Bunker eben einnehmen, damit sie dann den Rebellen sagen können oder der Allianz sagen können, hey, wir haben hier Probleme, schickt mal ein bisschen Bomber-Entstützung vorbei. Also kann man auch mal sehen, dass diese AT-ATs wohl sehr mächtig werden. Aber ich denke mal, so wie im Battlefield, nicht unbesiegbar wie die Panzer, eher so, keine Ahnung. Ähm, Heiko, das Battle-Lock wird es nicht geben. Denkst du, das wird ein Problem werden? Also meine persönliche Meinung zu dem Battle-Lock. Ist eine sehr positive. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, muss man schauen, ob das eigentlich mal negativ dann ist oder halt nicht. Vielleicht lässt sich EA da was anderes einfallen dazu, macht was völlig Neues. Was glaubst du denn aus Sicht eines Hardcore-Battlefield-Spielers? Glaubst du denn, dass Battlefront eine Alternative darstellen wird und dass sich die Battlefield-Leute darauf einlassen werden? Oder glaubst du, das wird eher so, hm, doch eher eine Fangeschichte oder von Zockern, die was taugen, gespielt? Ich glaube eher, das wird von Zockern, die was taugen, gespielt. Sehr schön, sehr schön. Kleiner Diss. Nein. Natürlich wäre es auch interessant, wenn EA sagen würde, sie würden einen Ableger für die Vita rausbringen oder für die PS3 auch noch. Ich glaube, das ist aber nicht geplant. Lars, würdest du sagen, sowas könnte auf der Vita das Ding sein, was auch irgendwie helfen würde, die Vita mal wieder reizvoll zu machen? Leider nicht. Da gibt's so viele Beispiele. Lass jetzt zum Beispiel Killzone sein, Borderlands oder auch das ganze Anfang startete Uncharted. So das Action-Adventure-Shooter-Genre ist auf der Vita nicht heimisch und dafür sind Mobile Games eigentlich auch einfach zu viel. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt auf der kleinen Konsole zocken, sondern wenn ich dann halt so Action-Gewaltige mit so richtig geiler Grafik und Explosionen, Effekte, Vegetation und so weiter, dann will ich das auf einem schönen, großen Screen mit einer richtig geilen Anlage, damit ich das auch erleben kann. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Killzone, was ja ein großartiges Spiel ist auf der Vita, auch deswegen wohl online-technisch gescheitert, ne? Hm, das leider nicht. Ne? Ne, das wird noch sehr aktiv gespielt, jetzt vor allem, weil es im PS Plus umsonst ist. Ah, aber Borderlands zum Beispiel. Ja, Borderlands ist ein Flop, kann man schon. Ähm, Alex, man hat verschiedene Planeten gesehen, den Superplaneten Horth, Eisplanet, was sagst du dazu? Äh, sah sehr cool aus. Der Vince hatte, glaube ich, vorhin mal gesagt, es gibt insgesamt vier, vier Planeten waren es? Genau, vier Planeten. Vier soll es werden. Klingt erstmal relativ wenig, aber ich hoffe dann natürlich auf verschiedene Karten auf den Planeten, damit wir dann nicht immer nur den einen Ort sehen, den wir auch im Trailer hier sehen können. Naja, gut, man muss dazu aber auch sagen, es wurde ja vor kurzem richtig ausführlich was geleakt, und zwar gab es ja einen großen DLC-Plan, man spricht auch wie bei Battlefield halt von vier großen DLCs, also es wird auch einen Premium-Account geben und das Ganze, was man halt kennt, auch wohl zwei Collectors Edition-Varianten und sowas, wo ich mir natürlich beide kaufe, ne? Nur weil es da, wo das Battlefront ist. Also das heißt, es werden auch massig an DLCs und sowas kommen und das darf man nicht vergessen und ich denke mal, es werden auch neue Planeten kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur vier Planeten sind. Die werden das Spiel auf jeden Fall um Maps erweitern dann. Die werden es ausschlachten, bis zu redet nicht mehr. Na klar. Die stecken da jetzt auch, wie ich gehört habe, sehr, 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 sehr viel Geld rein. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Kommt ja auch perfekt zum Filmen, mehr oder weniger, ne? Im Monat vom Film. Deswegen ist ja auch der vierte Planet der erste Gratis-DLC, der rauskommen wird, der Planet Jakku. Der ist ja zu dem siebten Film dazu. Genau, weil das Spiel soll ja einen Übergang bieten zum Film. Richtig, ziemlich coole Sache eigentlich. Heiko, glaubst du denn so mit einem schönen Snowspeeder AT-ATs kaputt machen, das kriegst du hin? Quasi? Natürlich. Freue mich. Also ich freue mich auf Battlefront. Ja? Wirklich. Ja. Ich bin aber jetzt nicht der riesen Star Wars-Fan oder so, aber es schaut einfach richtig bombig aus. Schreib dich nicht ab, das kriegen wir noch hin, ne? Natürlich. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Oder hier dann per Remote Play Lars schön X-Wing reinsteigen und dann auf dem Klo dann schön rumfliegen so, ne? Das stelle ich mir auch richtig episch vor. Ne. Ne? Nein. Ne, dann tut mir leid, aber wenn ich auf dem Klo sitze, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Wie jetzt? Ja, da haben ja die besten Reviews geschrieben. Das Spiel ist zum Piep. Alex, was sagst du? Schön X-Wing. Also da gibt es ja diesen ganz kurzen Ausschnitt, wie ein X-Wing durch ein Bagus Canyon, also durch Sand Canyon fliegt. Genau, das stelle ich gerade. Genau. Da sieht das Cockpit ja schon ziemlich genial aus. Glaubst du, das wird auch so sein, dass es so richtig enge Schluchten und sowas gibt, wo man dann halt richtig schön mit Speed dann durch, so a la Resident Evil 2? Boah, ich hoffe sehr, dass die sowas einbauen, denn das wird das Gameplay auf jeden Fall bereichern. Ich meine, gerade diese Schauplätze im Wald oder hier so ein Canyon, die bieten sich einfach an, weil da auch noch natürliche Hindernisse im Weg sind, auf die man achten muss. Das heißt, du fliegst nicht einfach nur geradeaus und schießt, sondern musst auch noch ein bisschen deine Umgebung im Auge behalten und ich glaube, das macht eine Menge Spaß. Ich hoffe sehr, dass die sowas einbauen. Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Und ich habe ja auch gelesen, sie haben ja jetzt wirklich alle Ressourcen, die sie haben, genutzt, um das jetzt auf die Reihe zu kriegen. Wollen wir mal hoffen, dass es kein Schnellschuss wird. So, abschließende Frage würde ich einfach sagen. Alex, fangen wir mal mit dir an. Was sind so die letzten Worte, die du noch zu diesem Spiel sagen möchtest? Hat es dir gefallen? Wirst du es vorbestellen? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich werde es aber erst dann vorbestellen, wenn ich auch Gameplay gesehen habe. Du wirst mich jetzt wieder steinigen dafür. Nein, ich kaufe mir gerade ein Zuticket nach Euskirchen. Aber ich werde es tatsächlich erst mal ein bisschen Gameplay sehen. Okay. Aber ich bin sehr, sehr angetan. Es gefällt mir sehr gut und ich bin sehr gespannt auf mehr davon. Alles klar. Vince, hast du noch irgendwas in deiner tollen Liste? Du hast dich ja richtig schlau gemacht. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch besprechen sollten oder erwähnen sollten? Also vier Planeten, der Modus mit dem AT-AT, was ja sehr gut klingt. Es gibt Helden. Ja, es wird mir die Third und First Person geben, also sich durchschalten kann. Cool. Wenn ich von hinten drauf schauen will oder durch die eigenen Augen. Über die Helden haben wir noch gar nicht gesprochen. Was? Wir könnten noch ganz kurz die Helden besprechen. Klar. Es wird Helden geben. So. Wir haben Lord Vader und Boba Fett gesehen. Die beiden sind also damit 100% bestätigt. Ich gehe stark davon aus, dass es dann die Prinzessin Leia, Han Solo, Joubacca und so weiter geben wird. Genau, auf der Rebellenseite wissen wir noch nicht genau, wen es da geben wird. Aber da lassen sie sich bestimmt auch was einfallen. Ja, ich würde gerne mal, also ich finde Lord Vader schon ganz gut. Ich würde auch ganz gerne Imperator spielen und dann, ja, läuft man da halt ein bisschen stärker durch die Gegend. Schöner als kleiner Ewok durch die Gegend. Das wäre doch auch mal was, oder? Ja. Ewok mit einer Atombombe in der Hand. Finde ich so gut. Der Spiel, wo man nur mit den Helden gespielt hat. Jedi Party oder so. Das war immer am besten. Weil alle Helden gegeneinander gekämpft haben. Stimmt, da gab es ja auch dieses Terrasis Gazi, so ein Kampffspiel à la Mortal Kombat natürlich, mit Star Wars Figuren. Lars, wie findest du das, dass man die Helden benutzt? Glaubst du, das ist irgendwie eine gute Idee? Oder glaubst du, dadurch könnte das alles irgendwie ein bisschen albern rüberkommen? Nee, die Heldengeschichte an sich ist schon ein gutes Element, was ja vor allem in Warcraft 3 ja richtig schön gefruchtet ist. Und jetzt bislang meines Wissens nach nur in Rollenspielen oder Strategiespielen Anwendung fand. Also das könnte ich mir schon interessant vorstellen, zu sagen, dass es da Helden gibt, mit denen natürlich verschiedene Bonis dann kommen. Das ist natürlich dann schwierig mit dem Balancing. Wenn du verschiedene Helden hast, hast du automatisch verschiedene Klassen und verschiedene Fähigkeiten etc. Dann muss man natürlich aufpassen. Können natürlich auch ein Spiel kaputt balancieren, wie jetzt, was war es? Dota, glaube ich, genau. Ist das so, ja? Wurde mir gesagt, ja. Okay. Ja gut, ich meine, klar, wenn man jetzt da 10 Dars-Welders rumlaufen hat, das wird nicht passieren, aber stellt euch das mal vor. Und dann ist da so ein armer Gebellensoldat und der sagt, hallo! Also ich schätze mal, dass es eine automatische Begrenzung geben wird. Oder man muss halt eine bestimmte Punktzahl erreichen, um den spielen zu können. In dem Spiel selbst ist es natürlich blöd für die, die nicht hoch genug kommen. Aber die werden sich wahrscheinlich was einfallen lassen. In dem Sinne, oder dass man den halt nur einmal pro Spiel benutzen darf. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, auch jetzt, klar, ich weiß, dass einige von euch nicht so Star-Wars-Fans sind wie Icke. Das tut mir auch leid für euch, aber werden wir noch ändern. Schreibt euch nicht ab. Aber ich glaube, jeder von uns hier in dieser Party kennt Star-Wars-Helden. Also es gibt doch keinen, jeder hat doch mindestens einen, den er kennt oder mag. Ich bleib da ganz klein, ich mag halt den Imperator. Ist eine kleine Nebenfigur, finde ich sehr nett. Handshot first. Tan Solo, definitiv. Ja, okay. Wonder Kirk. Oh, Moment. Wins, versuch's nochmal. Komm. Prinzessin Lea, ich wusste es. Lars, hast du auch einen? Äh, Obi-Wan. Uh, nie schlecht. Heiko? Yoda. Echt? Natürlich. Ah, der redet mir immer so komisch. Ja gut, der hat so einen Ossi-Dialekt, da hast du recht. Äh. Und Alex, du hattest? Ich würde, glaube ich, auch sagen Obi-Wan. Ernsthaft? Ach, ihr seid alle so, so Rebellen-Fuzzi, ehrlich. Weißt du, die ganze Scheiße da kaputt gemacht, Todesstern kaputt und so. Lang lieber das Imperium an der Stelle. Und Vince, hattest du noch irgendwelche Informationen, die wir jetzt noch erwähnen sollten, die jetzt noch raus sind? Oder war es das jetzt soweit? Keine Information, aber was vielleicht schön wäre, dass vielleicht auch mit der Morpheus oder mit der Oculus Rift spielen können? Oh, das ist geil. Das ist geil. Wenn ich jetzt gerade dieses Cockpit sehe, wo man sich dann so frei umschauen könnte, das wäre halt schon extrem geil. Digga, du hast mich jetzt gerade völlig in eine Sphäre gebracht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wie episch wäre das denn? Du sitzt da so in deinem schönen Sternzerstörer, ne? Ich fand natürlich... Ich habe ja extra Sternzerstörer gesagt, ne? Dann ist da noch der Lars da, der hat dann auch so ein Ding, dann winkt man ihm hallo mal so, grüßt mal rüber, dreht sich um und dann sind da so ein paar Rebellen und denen hackt man einfach den Kopf ab. So wie man das halt macht, ne? Großartig. Groß... Ne, finde ich super. Da, jetzt mal Spaß. Weißt du, das ist eigentlich ein Spiel, was dafür präsentiert wäre, oder, Leute? Ja. Doch, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Lars, also, wie siehst du das? Deine Hose noch trocken? Geht gerade so. Geht gerade so noch. Also, ist schon... Ich habe Ersatz. Außer, wer sagt, dass ich die Hose trage. Oh Gott. Stimmt. Also, ich fände es auch ganz geil. Ja. Aber das ist halt, weiß nicht, ich finde es halt total nervig, wenn du deine Oculus Rift dann aufziehst und dann wieder abziehst und auf und ab. Naja, du wirst ja dieses Jahr auf der Gamescom das Ding testen und dann wirst du schon sagen, oh mein Gott, jetzt brauche ich eine Hose. Das ist einfach, weil dann gibt es nicht diese komischen Hello Teddy Spiele oder wie die da alle hießen, die waren nämlich alle ziemlich für den Arsch. Aber egal. Nee, super Sache. Guter Einwand, Fins. Finde ich super. Heiko, wie siehst du das? Deine Meinung zu Battlefront? Artenwolli. Jetzt vermisst du schon. Sehr gut. Das finde ich kurz und bündig. So mag ich es am liebsten. Pascal? Ich muss mich von ganzem Anfang jetzt auch noch mal zuschließen. Ich brauche Gameplay, sonst werde ich es vorher nicht vorbestellen. Ist es so, ja? Ja. Es ist leider so viel Mist in letzter Zeit passiert, was Vorbestellung angeht und was dann dahinter bei rausgekommen ist. Da muss man echt vorsichtig sein mittlerweile. Klar, da steckt jetzt viel Geld drin, aber ohne Gameplay läuft bei mir dort nichts. Egal, wie geil das Spiel jetzt schon aussieht. Lars, da ich davon ausgehe, dass du auch irgendwann eine PS4 haben wirst, ist dieses Spiel für dich interessant oder eher so? Naja, mal gucken. Ich hole mir erst mal doch über, keine Ahnung, Hannah Montana Uncharted oder sonst irgendwas. Nee, das ist ein Spiel, das auf jeden Fall auf meine Watchlist kommt. Ich finde es grafisch auf jeden Fall toll. Gameplay-technisch, wenn es wie Battlefield ist, wird es halt jeder auf die Reihe kriegen, denke ich mal. Ich bin gespannt auf diesen Mix zwischen großer ATS-T und kleinen Soldaten, weil das ist natürlich echt ein interessanter Mix und natürlich, wie die Helden funktionieren, weil rein theoretisch so ein Darth Vader, der haut so ein ATS-T oder ATA-T weg. Mal gucken. Ich finde den Trailer oder den T-Azer, wie man es halt nennen möchte, gut. Aber ich finde das, was DICE hier gemacht hat, nicht schlecht und ich denke mal, wir werden auf der E3, die ja auch schon in einem Monat, zwei Monate, die ist im Juni, ne? Juni. Juni. Da denke ich mal, werden wir wohl schon viel mehr sehen und vielleicht dann auch schon Beta zocken können oder sowas. Ich denke mal, das wird kommen. Beta zocken tun wir dann alle, ne? Definitiv. Ja, aber auch nicht viel bekommen. Ja, mal gucken, wenn es wieder so eine Close-Geschichte ist, aber es wird auf jeden Fall wie immer eine Open geben, weil das ja auch PR-technisch ganz wichtig ist, sowas zu machen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen von euch und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben bei Star Wars Battlefront, was großartig ist, ich kann es jetzt schon sagen und ja, möge die Macht mit euch sein und gehabt euch wohl. Ich sage schon mal Tschüss und die anderen werden das jetzt auch tun. Haut zureich. Tschüsschen. Tschüss. May the 4th be with you. Wunderbar. Musik 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 Musik